Dort ist ein Hofgastein, Pakistan, drei Urlaubsorte im Salz vorbegang. Dort ist ein Hofgastein, Pakistan, wo jeder für sich noch das Richtige fangt. Dort ist ein Hofgastein, Pakistan, wie ist diese Gegend schön? Dort ist ein Hofgastein, Pakistan, der stimmt nicht ein, wie ihr siehst. Dort ist ein Hofgastein, Pakistan, der stimmt nicht ein, wie ihr siehst. Als Urlaubsort ins Kasteinertal, je-je-je-je, und stehst nur einmal vor dem Wasserfall.